Die Animation ist auch gewöhnungsbedürftig. Ich muss zugeben, in der dritten Staffel jetzt sind die Animationen schon weit, weit besser geworden. Ja, das ist halt nice. Es schaut mehr nach Videogame aus. Ich kann das so erklären. Davor schaut es halt aus wie Playstation 2. Jetzt ist PS4. Ja, kommt eigentlich hin. Das Voice-Acting in der ersten Folge mit Romans' Henchmen war auch... Ich kann verstehen, wenn man es verdrängt hat. Also ich muss ja sagen, ich fand den Stil jetzt nicht allzu gut, aber ich fand den jetzt nicht grottig. Die Animationsqualität war halt an vielen Stellen. Das haben wir doch schon geklärt. Ja genau, das müssen wir jetzt auch mal erklären. Was für komische Sachen finde ich gut. Weiß ich nicht. Das ist auch noch die erste Staffel von Ruby, das zählt nicht. Ihr seid ja beide meine Twitter-Timeline. Ja, und alles was ich lese ist, wie kannst du das gut machen? Ja, ich mag es halt einfach. Als ob ich mir merke, was das ist. Ihr seid ja meine Twitter-Timeline. Ich würde es gerne verleugnen, aber es stimmt. Ich respawne gleich. Danke. Es wäre doch Zeit, dass sie die richtige Voice-Actorin von Blake dazu kriegen, es aufzunehmen. Wie jetzt? Sie hat das Spiel nicht... Sie hat das Voice-Actorin in dem Spiel nicht gemacht? Nee, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht in der Nähe war. Deswegen hat Barbara, die den Grundsprechern von Yang, das übernommen. Ich habe das. Aber mit dem nächsten Patch, glaube ich, sollte sie... ...dann auch wie Blake klingen. Dabei finde ich, ist das Voice-Actorin doch das Wichtigste und das Beste an der ganzen Serie. Es ist nicht schlecht, zumindest. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein sarkastischer Kommentar war oder nicht. Ich weiß es selbst nicht. Das ist auch was, dass ich meine... Ich finde, man merkt schon einen riesigen Qualitätsunterschied zwischen der zweiten und der dritten Staffel. Gerade im Voice-Actorin und in der Animation. Wir haben halt alle viel mehr Erfahrung bekommen. Das sind ja keine richtig Professionellen gewesen, soweit ich weiß, oder? Bis auf... Der von Mercury... Das Synchronsprecher von Mercury, der übrigens auch Ben 10 gesprochen hat. Was ich immer noch unheimlich lustig finde. Und der Synchronsprecher von Crow und von Amber, das sind Professionelle. Der von Crow ist auch der, der... ...Edward in Full Metal Alchemist gesprochen hat. Crow hat aber auch eine verdammt harte Stimme. Crow ist überhaupt verdammt harte. Ich glaube, ich werde jetzt einfach immer reden wie Crow. Nee, bitte nicht. Klingt wie... Hallo, Frank. Klingt einfach mehr wie Batman. Ja, und die Synchronsprecherin von Amber. Das ist hintergehen. Wobei ich nicht weiß, warum man für Amber eine professionelle Synchronsprecherin angeheuert hat. Die hat ungefähr drei Geräusche gemacht. Egal, diese Geräusche waren sehr wichtig. Wahrscheinlich kommt es dann noch. Vermutlich. Das ist ja auch so eine Theorie, dass sie... ...wenn Pyra die Maiden Power übernimmt, dass... ...sie dann quasi eine zweite Stimme im Kopf hat. So wie Piccolo aus Dragon Ball. Ich habe kein Dragon Ball geguckt. Du bist ein Unmensch. Ich finde, Dragon Ball ist eine unglaublich beschissene Serie. Du bist ein Unmensch. Ruby ist eine beschissene Serie. Nein. Wo ist der Kickbutton? Dragon Ball ist einfach unheimlich langweilig. Dein Gesicht ist unglaublich langweilig. Wow, Rude. Aber stimmt. Stimmt. Ich glaube, ich dir jetzt die Kills. Bitch. Welche Kills? Ich habe einfach meine beste Attacke nicht geskillt. Und das hält mir jetzt das auf. Das macht mich sehr, sehr traurig. Oh yeah. Bitte tu das nicht. Nein. Klingt mehr wie eine Mischung aus Cinder und Batman. Mit... Den Kill kommt. Vielleicht klingt auch einfach Crow wie eine Mischung aus Cinder und Batman. Bitte nicht. Es ist eine Mischung aus Cinder und Batman. Weißt du, wir könnten doch einfach das Kontroll-Degensierten verteidigen, so wie wir es sollten. Nein. Nein, wir müssen alles killen, denn sonst haben wir die Mission nicht erfüllt. Ja, das ist... Aber das... Ich weiß über die Mission Bescheid, denn ich bin Crow. He's always drunk. Nailed it. Ich hoffe, wir sehen Crows Sense... Äh, noch mal. Oder irgendwann. Again. überhaupt mal. Wow. Wollte ich wieder beleben, aber hab ein Special eingesetzt. Geil. Gut. Ja. Kenne ich, kenne ich. Bord, mein Tastor. Äh. Achso. Wieso kämpfen wir zu dritt gegen das Ding? Boom. Oh fuck, ich bin wieder halb tot. kann man irgendwie juggeln skillen ich treffe die gegner immer nicht weil ich hochfliege ich bin tot die ganze zeit zu sterben erstmals gelten während ich am boden liege oder auch nicht weil ich wieder belebt wurde jetzt bin ich gerade fast fertig das wird sehr fein sind übrigens alle viel zu krass die sind irgendwie krasser geworden in den letzten fünf minuten kann das sein oder so ein bisschen krasser wird auch in level 2 das ändert alles oder wenn wir ändern sich nicht nur ihre farbe der gegner ist jetzt blau das bedeutet er ist stärker ja ist doch so 20 punkte bis zum nächsten laut dem ruby manga der ja irgendwie so halb canon ist hat weiß übrigens diesen ritter den sie in ihrer im trailer bekämpft hat das war ein grimm der die kontrolle über die rüstung übernommen hat da hat ihr ihr vater hat oder die firma hat wohl irgendwie grimm gefangen genommen die dinge übernehmen können und haben die in diese rüstung gesteckt als test für weiß ja also die allgemein anerkannte theorie in der fanbase ist dass ihr vater quasi donald trump ist also hitler ja so ziemlich das ist so die die allgemein akzeptierte theorie xp wenn brauche ich xp ich bin 20 punkte vor meinem nächsten level dieses bild von u black der links macht mir immer noch angst xp keine xp RIP! Welches Level bist du gerade? Sechs. Ich bin welches Level Acht? Ich bin gerade der Lied geworden. Das kannst du einiges erklären. Oh Gott. Ich wüsste, es wird so sein. Nein! Das ist aber der Mitte Spiels! Ich brauche die Level! Mehr als ihr! Warum habe ich meine Samblins noch nicht geskillt? Was ich schon viel früher machen soll. Boom! Ah! Quake! Ich habe damit endgült zwei Gegner getroffen, aber worth! Au! Gott weiß, kann man doch auch nicht übersehen auf dem Schlachtfeld, ey. So wie die leuchtet. Weil sie schön ist. Die schönste von allen hier. Ist das ein Waifu-War-Anfang? Bring it on! Bring it on, bitch! Was? Weil doch, hatten wir schon. Was? Waifu-War. Achso. Ja, auf dem Subreddit sind alle sich einig, dass jeder einfach Recht hat. Und deswegen gibt es keinen Grund, sich zu kämpfen. Die Logik dahinter verstehe ich nicht, aber... Was? Das ist ja langweilig. Das ist ja langweilig. Ne, warte, die von Reddit, die von Tumblr sind nicht ganz so schlimm. Nein, ich kann... Oh mein Gott. Das T-Wort! Tumblr ist teilweise... Also, Tumblr... ...hast Crow! Tumblr has Crow! Tumblr has Crow, weil... Tumblr has Crow, weil... Weil er ist ein... Er ist natürlich ein frauenfeindliches Arschloch, aber sie lieben Adam. Weil... Er ist der... Der Bad Boy. Ach, äh... Canon... Puberty... Edgy Stuff? Richtig. Der Schiff ist... Er heißt nicht ohne Grund... Shadow the Edgehog. Die meisten nennen ihn einfach nur Shadow. Weil er einfach diesen... Gott, dieser Scheiß-Spruch am Ende von der... Folge 10, wie er da aus diesem Luftschiff kommt. Bring him to their knees! Das ist so furchtbar schlecht. Aber gut... Jede... Jede Serie braucht halt so... Ihn... 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 Edgy-Charakter. Der natürlich auch... Unbedingt noch einen Katana benutzen muss, weil... Prinzipien. Richtig. Wobei... Die Mutter ist ja auch... So, oder nicht? Äh... Meinst die Mutter von Yang? Oder sie ist sogar noch... More Edgy? Raven? Wir wissen halt nicht wirklich was über Raven. Außer, dass sie... Keinen Bock auf Yang hat. Wer ist Raven? Die Mutter von Yang, die... Die gegen... Die sie... Die sie von Neo gerettet hat im Zug. Ach so. Ne, wir wissen halt noch nicht wirklich was, warum sie sie verlassen hat. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie eine Maiden ist. Ich bin auch schon überzeugt, dass Yang so viele Pans gebracht hat. Vor allem... Weißt du, was das Dumme an der Sache ist? Sie hat in der gesamten Serie nur einmal einen Pan gemacht. Und das ist einfach... Trotzdem... Ihr... Charakterzug. Haben die Leute entschieden. Obwohl es eigentlich nur eine... Eine Anspielung an ihre Voice-Actorin war. Weil Barbara ist... Ist furchtbar. Wann immer sie... In Videos oder Podcasts oder so auftaucht... Ist sie schlimmer als ich mit den... Mit den Pans. Ist das möglich? Das... Ich mag Barbara übrigens. Echt? Sie ist... Sie ist super. Wundert mich jetzt. Ganz, es... Es gibt auch... Es gibt ja dieses Rooster Teeth Animated Adventures, wo sie halt... Die Sachen animieren. So halt... So wie bei Game Grumps und so. Da gibt es glaube ich vier... Ich habe mir irgendwann gesehen, nachdem du es ausgetweetet hast. Das ist so großartig einfach. Da gibt es vier Folgen von wo es nur um die Pans geht, die sie macht. Wie sie... Wie sie sich so eine scheiß Nudelsuppe geholt hat. Weil das war halt weiter in so einer Plastik... Schale und die hieß Bowl Appetit. Und nur deswegen hat sie sich die geholt. Also dafür gibts einen Markt? Einfach für Leute, die Pans mögen? Bestimmt. Wenn nicht, sollte es den geben. Weißt du, da sitzen so Business-Leute im Anzug. Okay, wir müssen jetzt einen ziemlich guten Pans finden, damit sich unsere Nudelsuppe verkauft. Dann sitzen die da fünf Stunden lang und wissen nicht, was sie... Wissen nicht, was sie tun sollen. Bis dann einer einfach nur so eine scheiß Schale auf dem Tisch stehen sieht. Und die Erleuchtung bekommt. Ja, weißt du, da kommst einfach du in den Raum und bringst so irgendeinen doofen Pans. Und die sagen einfach... Oh mein Gott, das ist Gold! Du bist eingestellt! Ich... Ich arbeite hier noch nicht mal. Dann wird er so wie bei... Ich putze hier noch nur. Okay. Frass macht Maaass! Nein! Ja, ihr... Ihr macht Maid. Ich muss auch mal was bei den Eintelungen nehmen. Okay, ich fliege Spawn und dann gleich. Kuri ist AFK. Wir werden alle sterben. Wieder da, alles gut. Kuri ist alive! Au! Schlock dich zusammen! Au! Au! Dein Gesicht! Laufen! Laufen! Laufen ist gut! Ja, 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 ja! Ich weiß, was du meinst! Au! Au! Laufen! Laufen ist gut! Nein! Noch nicht! Okay, jetzt... Jetzt bin ich tot! Ups! Nein! Ich weiß, dass Funktionen! Das ist wie in Ruhe! Oh, fuck! Oh, fuck! Ah! Du musst den Alpha Bio Wolf töten! Und dein Neger klappt mir den Kill! Ich glaub's nicht! Aha! Au! Au! Der, der Inferin bekommt den Kill! Stimmt, ich muss noch meine... meine Sponsorship wieder erneuern! Fuck! Jetzt kann ich die Folge nachher nicht sehen! Und dich auch nicht! Stimmt! Ich vergass es inzwischen, endlich vier Leute meinen Account benutzen! Was? Ja, ich, Danny... Äh... Chavalo... Und im Grunde ihr auch, wenn ihr wollt! Aber ich wollte ihn nicht! Guck's eigentlich doch! Ich hab' versucht, ein Sponsorship zu machen! Aber ich hab' keine Ahnung, wie das ging! Irgendwie... Es geht nur mit der Kreditkarte, das ist das Problem! Achso! Ja, ich benutze die von meinem Vater! Scheiß Kreditkarten-Nazis! Ich hab' nicht meine Kreditkarte! Ich auch nicht! Deswegen! Ja, die sollten das einfach über Paypal möglich machen! Das ist das Gescheiteste! Ich glaub' über Paypal gab's mal Probleme, wo's von Paypal abgebucht wurde, aber nicht von dem... von dem Konto... von demjenigen, oder sowas... Wenn ich's richtig gelesen hab' Ja, umso besser, dann zahl' ich nix! Und Paypal! Gott, ihr Scheißviecher! Lasst mich doch einfach in Ruhe! Geht sterben! Danke! Das ist der Sinn des Spiels, Kuri! Der Sinn des Spiels! Ich glaube, die haben was dagegen, einfach so zu sterben! Versteh' ich gar nicht! Ach, wir sind äußert! Oh! Wow! Wow! Fuck! Fuck!